Er scheint da immerhin irgendwie auf unserer Seite zu sein noch. Er wird ja auch getäuscht. Der Verräter. Ich wusste es doch, er ist ein Verräter. Und er wird dafür bezahlt. Und er bekommt, was er verdient hat. Nein, die Hürden. Alter, was geht denn jetzt ab? Die haben den Unterschlupf angegriffen. Nein, Bob. Wo ist Bob? Nein, da ist Bob. Und Enu? Ich hoffe, Enu geht's gut. Fuck. Einfach alle abgeschlachtet. Guck mal, das Wasser hat sich rot gefärbt. Enu! Sie atmet noch. Ah, sehr gut. Sie hilft ihr. Guck mal, wir haben uns doch damals entschlossen, sie nicht zu verraten. Und dadurch kann sie jetzt Enu retten. Wäre das sonst anders gewesen? Das wäre sonst bestimmt anders gewesen, ne? Gott, und die Hürden ist tot. Fuck. Die Hürden und Bob sind tot. Und der Verräter auch. Wir hatten ihn ja erwischt gehabt. Wie er da bei Kian rumgeschnüffelt hatte. Der Aufstand wurde angegriffen. Das ist der Beginn der neue Ära, Frau Sire. Jetzt sagt sie ihr Bescheid, ne? Wie so eine Stadt, Harmy, ist nicht hier mit uns. Wo ist die Generalmutter? Warum hat er uns nicht mit seiner Präsenten gegräßt? Er ist weg. Auf urgentes Geschäft. Ja, ich bin sicher, er ist. Frau Sire, wüsste du über dieses urgentes Geschäft von Harmy? Wir trusten dem General, seine eigenen Prioritäten zu setzen, Frau Sire. Natürlich. Es ist ein Piddy, dass große Dinge passieren. Und ich würde mich für Harmy auszulassen, um zu verlieren. Nach allem, ob die Resistenz in seiner Absenz zu fallen und die Krieg des Nordlands gewonnen hat, was sein würde, dass sein Legate bleibt. Die redet doch schon wie so eine Verräterin, dass die der überhaupt noch irgendwie was erzählen oder der trauen. Äh, verstehe ich immer nicht. Aber wahrscheinlich wissen, wir wissen halt einfach auch mehr als die. Wahrscheinlich haben die noch einen ganz anderen Blickwinkel auf sie. Chapter 11 Loks. Das erste träumende Wesen, ne? Man, das war ein steppes Wesen. Ich bin eigentlich überraschend, dass du es so weit hast. Ich bin ehrlich, ich dachte, du verlierst einen Foothall und schlägst zu deinem Tod. Oder für eine Rockslide, oder für eine von diesen ghastlich flyingen Dinge, um zu attacken uns. Ich bin wirklich glücklich, dass ich die Wesen habe. Es ist ein langer Weg, wenn du slip und fallst. Danke, Crow. Das ist mehr als genug. Ich bin glücklich, dass du dir helfen kannst. Das ist, was ich hier für. Ja, danke, Crow. Das ist nett. Great views from up here. Ach, ach. Eigentlich, denkst du, dass du bald aus meinem Kopf rauskriegen kannst? Ich bin sehr schmerz. Du willst mich aus deinem Kopf? Ah, ich dachte, du wolltest, mich vor dem ganzen Inzidenz mit dem Stoenkatt bleiben. Nein. Okay, dann. Ach. Und da oben fliegt irgendwas? So, dann geht's jetzt weiter mit der guten Zoe. Und wir sind scheinbar bei den Purpurbergen angekommen, ne? So wie es aussieht. Und Krehe, unser neuer Kopfschmuck. Wunderschön. Er bleibt da auch einfach sitzen, ne? Oh ja. Dann bleibt mal sitzen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade erzählt hab. Wahrscheinlich, wie wunderschön das hier alles ist. Ne Zoe. Mit unserem neuen Kopfschmuck. Gehen wir irgendwann auch los? Ich weiß es gar nicht mehr. Was mach ich denn da jetzt gerade? Ich erzähl bestimmt grad ne super wichtige Anekdote oder sowas. Oder? Keine Ahnung. Wir gucken uns Zoe anscheinend noch ein bisschen an. Ach, ich glaub ich erzähl jetzt gerade über das alles, was da gerade passiert ist. Mit dem Unterschlupf, dass der angegriffen wurde. Und wie grausam das alles ist. Jetzt geht's los. Jetzt laufen wir los mit Zoe. Wie gesagt, sorry. Ist immer doof mit Sachen nachsynchronisieren. Das ist die letzte Folge jetzt aber auch. So, und jetzt sind wir hier bei den träumenden Wesen irgendwo, oder? Der muss doch hier irgendwo sein. Der Luchs. Boah, guck mal die Stadt hier. Die ist doch einfach in den Felsen reingebaut. Hey, das sieht so aus wie etwas. Das ist unglaublich. Eine ganze Stadt, in den Wolken. War das nicht, was du da hattest? Ich weiß, aber trotzdem. Ich sehe es mit meinen eigenen Augen. Du Menschen sind weirrt. Nester haben sie sich hier überall gebaut. Sind denn hier auch irgendwo welche? Guck mal da. Oh, der Ausblick. Die Berge. Da sind sie. Ich kann sehen, wo sie ihren Namen haben. Es dauerte ein bisschen, aber wir sind hier. Jetzt müssen wir nur die Augen finden. Und die Welt retten. Und dann? Naptime. Dann ist Mittagsruhe. Oh, das ist klar. Komm, da oben sitzt jemand. Vielleicht können wir mit denen ja quatschen. Greer fliegt schon mal vor. Da ist ein Ular. Ich erinnere sie aus meinen Visions. Sieht so aus, als wenn er da angeln würde. Aber ich glaube, der meditiert da einfach. Ich glaube, das ist ein Ular-Nests. Sieht so aus, auf den alten Stadtruinen. Also, wenn die Ular-Nests gebaut haben, warum sie jetzt in Pods leben? Was hat sich verändert? Sieht so aus, die Ular-Nests, auf den alten Stadtruinen. Ich glaube, sie sind schade. Oder sie lieben nicht. Vorgel. Zumindest sind sie nicht hostile. Noch nicht. Diese Fliegel-Kritter würden uns nicht alleine auf der Weg nach oben. Ich liebe sie nicht. Sie sehen aus weit entfernt, aber wenn sie nahe kommen, sind es alle Klauen und Türen und leute Schrieken-Näuse. Tja, warum leben die Ular jetzt in diesen Nestern? Gute Frage. Irgendwas ist anscheinend passiert. Mal gucken, ob wir das noch rauskriegen. Wo ist ein Kreia jetzt hin? Kreia? Hm. Ach, sieht schon abgefahren aus, ne? Mit diesen Masken da. Das Dorf. Das Auto-Dorf. Da ist Kreia. So, das ist, wo die Ular leben. Hm, das ist beeindruckend. Sieht schon echt geil aus hier, ne? Auch die Musik dazu. Kreia. Hast du einen Plan, was wir jetzt machen? Zähl mal. Ich könnte es wahrscheinlich nicht so weit ohne Kreia haben. Und Kreia würde definitiv nicht so weit ohne mich haben. Ich bin schon froh, dass der dabei ist. Wir haben es geschafft. Das ist es. Die rote Räume, die Ular. Also... Ja? Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir haben es zu erforschen. Wir versuchen, Abnaxus und Lux zu finden. Das ist... Oh, klingt wie ein gut geplantes Plan. Schau mal. Tja, hast du einen besseren Plan, Krähe? Wir können ja mal gucken, vielleicht können wir hier mit irgendeinem Ula mal sprechen. Nest, wollen wir da mal reinklettern oder reingucken? Hallo? Oh. Oder nicht? Also, wenn die Ula diese Stöhne Stadt konstruiert, warum leben sie jetzt in Pods? Was verändert? Tja, klopfen wir an. Hallo? Keine Antwort. Nochmal. Hallo? Keine Antwort. Nochmal. Hallo? Keine Antwort. Nochmal. Hallo? Keine Antwort. Keine Antwort. Okay, ich glaube, die wollen nicht. Keine Antwort. Quatsch, Mama. Hallo? Frag mal nochmal. Hallo? Ich bin ein Freund. Ich will nur sprechen. Ich bin ein Freund. Du verstehst wahrscheinlich nicht alles, was ich sage. Also, okay. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Nest. Vielleicht ist der ein bisschen freundlicher. Da oben kommen wir, glaube ich, nicht hin. Na? Oh. Der will auch nicht. Hallo? 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 Voll nerven die Leute hier. Ich hab denen noch gar nichts getan. Hat Abnaxus den nicht von uns erzählt? Abnaxus müsste uns doch kennen. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Kräa, was sagst du dazu? So, are you happy you abandoned your, uh, what is it you do again? Neural programming for artificial intelligence computers. That thing. Are you happy you abandoned that thing for this thing? Trying to save reality from collapsing? Yeah, I think I made the right choice. When this is all over, you should probably get a normal job. That thing you said that I didn't understand doesn't sound like the thing you should be doing. You're probably right, Crow. Normal. Da gesehen, da hat sich nämlich was verändert. How come it took you so long to get started on this whole quest to save the world? I mean, talk about leaving it to the last minute. I know, but... I couldn't remember any of it. Going to Mercuria, trying to save April Ryan. I tried, but it was just... Blank. Oh, I know that feeling. I was also trying to forget. The last few years were rough. Sorry to hear that, Crow. I miss her. A lot. I know you do. You're not the only one. People loved her. I know I'm not a great replacement. You're not bad. I like you. You're a decent number too. I'll take that as a compliment. Enough, chit chat partner. There are soul stones to return. Dreamers to awaken. Odd ugly looking men to locate. Alles klar. Okay. Alles klar. Okay. Wir suchen hässlich aussehende Männer. Aber habt ihr gesehen? Da haben sich so zwei so ein paar Sachen getan. Also es scheint auch wichtig zu sein, dass man mal miteinander quatscht. Vielleicht wird es für die Zukunft irgendwelche Folgen haben, dass wir uns besser kennen und er uns mehr vertraut oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Naja. Weg um. Du musst deine Seite-Kick-Etikette sammeln, Zoe. Du musst deine Seite. 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 Du musst deine Seite.